Bei uns dreht sich jetzt alles ums Elektroauto und bei der Ladeinfrastruktur kommt die Salzburger G ins Spiel. Wir bieten bereits heute das dichteste Ladenetz im Bundesland Salzburg an und garantieren somit eine flächendeckende Versorgung. Dazu kommt, dass sich immer mehr Hotels und Gastronomiebetriebe für ein Elektroauto oder zumindest für eine Ladestation für ihre Gäste entscheiden. Elektromobilität in der Gastronomie ist ein wichtiges Thema. Gerade uns beim Gastagwirt ist das Thema Nachhaltigkeit ganz, ganz wichtig, weil wir auch im Lebensmittelbereich und in der Energieversorgung da schon viele Schritte gesetzt haben. Der Kundenwunsch nach einer Elektrotankstelle ist seit langem da. Wir haben uns immer wieder beschäftigt, damit wir das Thema am besten lösen. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir mit der Salzburger G einen tollen Partner gefunden haben, der mit uns zusammen das umgesetzt hat. Dass der Strom der Salzburger G zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen stammt, ist dabei ein weiterer Grund zu leiser und emissionsfreier Mobilität zu wechseln. Wir wollen die Mobilität, den Einsatz der öffentlichen Verkehrsmittel im Gastagwirt stark fördern. Es sind immer mehr Leute, die einfliegen, die mit dem Zug einkommen, die nicht mit meinem eigenen Auto anreisen. Wir haben eine tolle Anbindung am Bus, aber wollen dann auch in Zukunft schon überlegen, Elektroautos für die Gäste zur Verwendung anzuschaffen und da gibt es auch schon erste Gespräche. Wenn auch Sie eine Ladelösung für Ihr Elektroauto benötigen, dann kontaktieren Sie uns ganz einfach. Egal ob Gewerbebetrieb, Hotellerie oder Gastronomie. Welche Leistungen inkludiert sind und dass Sie im Grunde keinen Aufwand damit haben, das zeigen wir Ihnen jetzt. Bei der Gastronomie gibt es ein Produkt, das ist ein Mietprodukt bestehend aus einer Ladestation. Das kann jetzt eine Wahlbox sein oder wie hier eine Ladensäule. Das Ganze ist ein Mietprodukt zu einem sehr attraktiven Preis. Die Laufzeit der Miete liegt bei fünf Jahren. Also ein rundes Angebot eben für die Gastronomie. Nach fünf Jahren geht die Ladestation dann in den Besitz des Betriebs über. In diesem Produkt sind mehrere tausend Kilometer inkludiert. Wartung, Service und Inbetriebnahme sind ebenfalls dabei. Sie brauchen sich also um nichts zu kümmern. Diese Ladensäule ist eine Ladestation für den öffentlichen Bereich bzw. den halböffentlichen Bereich. Die Station hat eine Gesamtleistung von 44 kW. Bestehend aus zwei Ladepunkten zu je 22 kW. Das Ganze ist eine smarte Lösung. Smart heißt, die Ladestation kann man freischalten mittels einer Kundenkarte von der Salzburger AG oder über eine Handy-App bzw. kann man bei dieser Ladestation auch vor Ort bezahlen, das heißt mit der Kreditkarte. Entsprechend der Partnerschaftsvereinbarung zur Klima- und Energiestrategie Salzburg 2050 bieten wir in Kooperation mit dem Land Salzburg auch allen 119 Salzburger Gemeinden die Errichtung einer Ladestation für beschleunigtes Laden an. Mehr dazu finden Sie wie immer und gewohnt auf unserer Website. Das Ganze ist eine kleine Materialienange, die aber auch noch eine Llei- und Agile-Ambäckung, aber auch nicht nur die Llei-Ambäckung, die in Kooperation mit dem Land auf der Saturno- und Energiestrategie Salzburg Das Ganze ist eine kleine Llei-Ambäckung.